Musik 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 Oh mein Gott! Ein bisschen drauf, ne? Hallo! Im Zuge der Gangscop habt ihr auch was cooles, was euch vorbereitet und zwar ein Gewinnspiel. D.h. ihr könnt insgesamt 3 Sachen gewinnen. 2! D.h. einer bekommt 2 Tüten 2 Murkeln Guck mal hier Was haben wir denn da drauf? Murkeln Erstring Murkeln Ich weiß noch, ob man das sagen soll, aber zumindest sind das schon mal Autogramm drauf, das ist die gute Sache Und? Im zweiten gibt's ein gutes T-Shirt Da kommt auch noch mehr Autogramm drauf Ja, ich glaube ihr schreibt da gleich mal drauf Schreibt dann auf jeden Fall in die Kommentare, warum ihr jeweils eins von beiden haben wollten würdet Und dann müssen wir mal gucken Wer ist gewinnt? Ich drücke natürlich drauf Hey liebe Leute, danke nochmal an Alexi Birxi dafür, dass du mir dieses Gewinnspiel ankündigt hast Aber es wird noch eine kleine Änderung geben Und zwar habe ich mir überlegt, dass in diesen einen Beutel Ganz viel Stuff reinkommt Und den verlose ich dann an euch Mit Autogramm drauf Und jetzt habe ich nochmal gedacht Hm, ich habe ja zwei Beutel Dann nehme ich aber den zweiten Beutel, verlose den auch Und jetzt ist es so Auf jeden Fall verlose ich drei Sachen Und das ist einmal dieses T-Shirt Dieses Änder bricht aus Mit Revi, Curry, Alexi, Bexi, Katie, Leno, Unge, Majo und noch jemanden Euter geschrieben Falls euch das wirklich interessiert Das würde euch ja wohl interessieren Und dann habe ich noch einen Beutel Den ich verlose und zwar Ähm, gibt es einen Beutel, der ist nicht signiert Und einen Beutel, der ist signiert Den nicht signierten Beutel Äh, da sind, da ist das hier drin Landwirtschaftssimulator Hier ist also so eine Bibel In Gamersprache erklärt So ein paar Sticker Eine 5€ Paysafe Card für so ein Spiel Dann noch YouTube Gaming Sticker Ein Mini-Mousepad Zwei Sticker Zwei Buttons meine ich Dann noch so eine Gutscheinkarte für so ein Spiel Und so ein Papierflieger, ist sehr cool für euch Und halt in den nicht signierten Beutel kommt das hier rein Hier befinden sich zwei offizielle Messemagazine Einmal vom 6. und 8. August Da ich die von den anderen Tagen vergessen habe Und halt nochmal diese, alles was da so drin ist, da auch nochmal Und das hier ist so Instant Energy Das ist relativ cool Das habt ihr auch schon im Video gesehen Ne Quatsch, das wird bald im Video kommen, wo ich das probiere Und zwar ist das so ein Pulver Das tut man in ein Glas Wasser rein Und dann wird das so ein Energy Drink Äh, hier halt nochmal zwei so Schlüsselanhänger Das ist ein Auszahlschlüsselanhänger Und halt so ein großes Game of, äh, Quatsch World of Nerds Mousepad Ich kann euch das ja nochmal ganz kurz zeigen Bei meinem Mousepad Also schon ein ziemlich großes und gutes Mousepad Und genau Dann sag ich euch nochmal ganz kurz Wer alles auf dem guten Beutel unterschrieben hat Sag ich jetzt mal in Anführungszeichen Wer alles auf dem signierten Beutel unterschrieben hat Und zwar ist das einmal Alexi, Bexi, Curry, Leno, die kleine Tanne, noch jemand und Majo Ähm, ja genau, wahrscheinlich gibt es bestimmt irgendwelche von euch, die gerne diese FIFA-Leute mehr gucken Äh, weil ich glaube Curry und sowas, die kommen ja so aus dieser FIFA-Gaming-Ecke Und genau, das war's, das Gewinnspiel Und zwar schreibt ihr in die Kommentare rein, warum ihr es haben wollt Dann schreibe ich euch an, frage euch nach eurer Adresse Und dann schicke ich euch das zu Wenn euch das Video gefällt, teilt es doch mit euren Freunden Gebt einen Daumen hoch da Und kommentiert, woran ich mir zu sagen Abonniert mich, wenn ihr Bock drauf habt Ciao!